hallo hallo und einen wunderschönen guten tag ich begebe mich gleich auf einen strandgang also ich gehe an dem an den hotels am strand spazieren und schaue mir mal an ja und hier ist gleich das erste hotel und das ist das delphin palast also ich gehe vom fame residenz lara richtung an tal ja und es ist richtig schön knackig warm hier kann man sich die getränke abholen ja und diese badestege die haben die meisten hotels jetzt und wenn man da sitzt dann kann man sich natürlich auch bedienen lassen da kommen die kellner auf inline skaters das sieht schon imposante aus wenn die da los düsen die haben richtige geschwindigkeit drauf schon irre grandpark lara und das imperial boah sind das klötze alter schwede und da wird gebaut keine ahnung was sie da bauen ah fototermin heiraten da will ich ja sieht so aus sieht eine hochzeit aus was ist das denn hier alter schwede super schatten scheint mittagszeit zu sein das gibt es ja jetzt die pizza das gibt es überall das sind wirозм so Man sieht das hier, hier gibt es nicht diese billigen Plastik liegen, sondern welche aus Alu mit tollen Auflagen. Nur das Spazierengehen macht hier schon neidend Spaß. Es gibt so viel zu sehen, also so viel Grün und alles so sauber. Vor allem, man wird hier bedient, man geht auf den Weg, winkt und dann kommen die Kellner und bringen ihnen das, was man möchte. Ganz toll. Auch man kann hier Fäden feiern, Familien feiern, alles so was hier. Schon irre gemacht, muss ich sagen. Ja, da seht ihr schon die Nummer, wenn die anrufen, was ihr da buchen wollt. Ja, also mir hat das richtig gut gefallen. Wir haben uns für nächstes Jahr auch für das Delfin Big Grand entschieden. Das ist ja, genau so sieht das da halt aus. Nur noch ein bisschen größer. Alles herrlich. Ach, herrlich. Oh, wir sind etwas Größeres. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, dann will ich es erstmal gut sein lassen. Und es kommt noch ein zweiter Teil. Das hier, sagen wir mal das erste Teil. Sonst wird das Video auf einem Stück viel zu lang. Ich muss das andere noch ein bisschen schneiden, dass es nicht zu langweilig wird, ne? Also, guckt mal wieder auf dem Kanal vorbei. Denkt an den Daumen. Naja, das ist üblich halt. Also, tschüss. Bleibt gesund. Passt auf euch auf, ne? Tschüss. Tschüss.